Und was wird denn in Afrika, darf es sein, gnädige Frau? Moment bitte, hier. Kenia hat mir liebe Freunde empfohlen. Das sind wirklich liebe Freunde. Kenia ist eminent, interessant. Ich, ich hole Ihnen mal einen Respekt, wenn Sie sich einen Augenblick gedulden wollen, mein Herr. Kenia, das sind Freunde. Sie wollen nach Kenia? Ja, ja, soll eminent, interessant sein. Für einen Insektenforscher schon. Wie bitte? Spinnen, Skorpione, solche Dinge. Pinnen in der größer? Nicht doch. Die Spinnen sind so. Das da sind die Ameisen. Die roten natürlich nur, die schwarzen sind größer. Und hier hätten wir Kenia. Enorm. Die Landschaft, das Hotel, das Meer. Seespinnen sind noch größer. Äh, wie mal? Nicht nichts, erst die Dame. Dann nehmen wir also Kenia. Einmal, zweimal, oder? Legen Sie Kenia zurück ins Regal. Ja, aber Sie, ähm... Können Sie mir mal, äh, Marokko empfehlen? Gnädige Frau, ich kann Ihnen alles empfehlen, aber sagten Sie nicht ursprünglich Kenia? Ja, ich habe deutlich gehört, wie die Dame Marokko sagt. Also, wenn Sie sich gedulden, dann besorge ich Ihnen jetzt Marokko. Marokko? Was ist mit Marokko? Tja. Auch, auch Insekten? Auch. Aber noch mehr Banditen. Banditen? Sklavenhandel. Och. Kidnappen Engländerin. Alte vor allem. Deutsche nehmen Sie auf. Alles, was weiß ist. Und Blond. Und Langbeine. Ist ja grauenhaft. Zunächst nicht. Nur wenn Sie nicht tun, was Sie wollen, dann wird gefoltert auf der Streckbank. Ich kenne eine Frau, die hatte vorher gar nicht so lange Band. Und hier ist das herrliche, entspannende Marokko. Spannend, entspannen kommt doch ganz gut. Sehen Sie nur, der Swimmingpool, da kann man sich herrlich ausstrecken. Nein, nein. Ja, aber sagten Sie nicht. Weg damit, weg, weg. Verteilen Sie, sagte die Dame nicht gerade? Weg, 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 weg. Also, äh, weg, hab ich gesagt. Weg, ja. Dann, also, weder Kenia noch Marokko. Gut, kennen Sie die griechischen Inseln? Wo liegen die denn? Oh, ist ein kleiner Scherz von Ihnen, was? Moment, ich hol Ihnen mal die Inseln. Insekten. Oder Banditen. Haifische. Ich bin genäht worden danach, hier an der Seite, 59 Stiche. Oh, Sie sind zu weit rausgeschwommen. Bin nicht Schwimmer, gehe nie ins Wasser, liege nur am Strand. Aber der, der, der Eifisch. Ist zu weit an Land gekommen. So, da wäre zunächst mal Rodos. Sehen Sie nur, ein herrlicher weißer Strach. Nein, nein, lassen Sie mich in Ruhe. Ich will nicht beeisen. Ich lasse mich in Ruhe. Ich will keine langen Beine. Ich will keinen am Strand. Und dann bin ich an die roten Spinnen. Und das sind die Ameisen. Die Spinnen sind Grummel. Ich kann nicht verreisen. Ich kann nicht verreisen. Ich werde nicht verreisen. Oh Gott, es will nicht. Ich werde nicht verreisen. Was hat Sie denn nur? Das ist mir auch völlig unbegreiflich. Ein schweres Geschäft, mein Geschäft. Ja, und dabei will ich Ihnen helfen. Bei meinem Geschäft? Sie hatten nach einem Assistenten insiniert. Ja, richtig. Und Sie sind? Jawohl, ich. Wann können Sie anfangen? Sofort. Was zahlen Sie? Tausend. Ich kenne jeden Platz auf dieser Welt, mein Herr. Ich kann Ihren Kunden alles sagen. Ja, gut, dann zweitausend. Und was legen Sie drauf, wenn ich nichts sage?